Ja, wir sind jetzt hier. Okay, wow, wir sind jetzt bei einem Lost Place. Ja, ich kann nicht mit den Händen schon mein Handy bedienen. Ja, nice. Lost Place. Hier sind erstmal... Warte mal, ich... Es ist wirklich scheiße dunkel. Ja, hier. Das sind hier den Pfeifen. Alex, die Pfeifen müssen ins Licht. Oh, perfekt, danke. Ich dreimal vor. Aufwarten. Alles gut, nur der Kameramann. Was gibt's denn heute für Angebote? Nass. 20 Prozent auf alles, Jungs, ich geh mal einkaufen. Gut, komm. Mein Akku hält auch nicht ewig. Oh, Junge, hier ist eine Matratze. Lass schlafen. Lass schlafen, ey. Oh, Junge, hier ist eine Rampe. Also, das ist so eine alte Baumschule, da... Ja, haben wir als Wunder-Kinder-Unterrichtung... Oh, Junge! Oh, Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck dir das an! Das wollte ich als Baby wüsste immer haben. New Walkman! Ne, Radio! Ist das ein Vibrator? Nein! Vibrator an das du denkst! Lichtschalter wurde professional angelegt. Hier sind die Leitungen ohne Kabel. Oh Junge, was für ein Kabel, da kann ich das mit HDMI verlegen. Hier sieht man jetzt nicht. Geh nicht. Da hinten war ein Geräusch. Ja geh einfach weiter, das ist Wind. Was ist das für eine Bombschule? Eine Gude. Da liegt ein Teletubbies. Scheiße. Jetzt gebe ich dir recht, da kam es ruhig zu euch von hinten. Das war definitiv noch kein Stopp. Auf jeden Fall... Das ist der Grund, wenn ihr teilkommt. Wunderbar, das hat er vorher gekriegt. So, geh auch gaueln, gell. Report von... Oktober 2001. Oktober 2001. Ausgabe 10. Die sind schon gelebt. Die sind alle noch frisch. Das ist schon krank. Das ist schon krank. Was ist so eigentlich noch draußen? Was ist denn? 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 Fuck, Mann! Oh mein Gott, den nehm ich mir. Ich geh da. Nein, nein, nein. Ich geh da. Viel Spaß. Ich geh da gleich hoch. Das allsehende Auge ist hier. Das ist ein bisschen Keller. Nach unten, Alter. In den Keller geh ich nicht. Ich auch nicht. Das allsehende Auge ist hier. Ja, da kann man springen. Soll ich dann einfach in die Kamera halten? Das allsehende Auge ist hier. Hier aufpassen. Komm her, komm her, komm her. Hier ist schon unsafe. Ich geh am Ende runter. Wir gehen hoch. Aufpassen. Ich geh vor. Die Treppen schwingen sich. Die Treppen schwingen sich. Ich war schon mal hier. Ich muss mich auch entschuldigen, dass man echt nicht viel sehen kann, aber es ist verdammt dunkel. Da hinten ist auch noch die Hauptstraße. Da hinten ist auch noch die Hauptstraße. Das ist so klein. So klein, Alter. Eckhart. Hier ist nochmal Illuminati. Alex, was du hier einziehen? Hier ist die Dusche. Also ich kann mir schon vorstellen, hier einzuziehen. Sieht nicht schlecht aus. Hier liegt vielleicht irgendwo irgendwo. Nein, wenn hier jemand liegt, dann hau ich hier jetzt. Was denn? Alex, wir haben Kopfhörer drücken. Junge, hier ist ein Gaming Room. Die Hose kriege ich desinfizieren. Was ist da drin? Da ist noch Milch. Milch. Obst. Da ist definitiv Essensreste. Irgendwas mit Eintag zu Frankfurt habe ich auch noch gesehen. Das Einzige, was mir Angst macht, ist die Treppe auf. Wie gehst du hier in die Treppe? Auf jeden Fall, Alter, der ist jetzt gebremd. Warte, wir kommen gleich rein. Wo hier? Hier. Ja. Hi. Hi. Was geht, Gesichtslose? Oh! Das ist ja tief. Hier geh ich noch. Hier geh ich noch. Junge, ich bin bei uns. Jetzt kommen wir da runter. Oh Junge, wer hat das hier... Guck mal, das ist komplett durchgebogen. Da muss jemand wirklich voll... Ey, das kann kein Match gewesen sein. Also nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ich werde ein Außerzeiger spaß. Die will nicht vorgehen, sondern die... Was will eigentlich vorgehen? Oh, nee, ey. Ich hab mir nicht runtergegangen. Ich hab mir nicht komplett runtergegangen. Ey, Junge, du hast ein Röhren im Fernseher. Wo? Ja. Oh, das ist ja noch böse. Ja. Oh, das ist ja noch böse. Guck mal hier rein. Oh, Jo. Das hier ist sogar älter. Also jetzt kommen... Jetzt gucken, wer Kommode und das Tisch ist. Jo. Das ist alt. August 1996. November 98. Junge, aber hier 94, 94. November 97, 98. Das ist... Virginia Reitercreme, Kekriss. Oh, warte, wir können das mal. 8... 8... 1800... Was? 18987? Ich hab alles noch im Boxen, ey. Glänzende Rosenkatalog. Die Rosen-Schaufelzauber. Deutsche Baumschule. 77. 1977 gefunden. Noch irgendwas, du gesagt hattest. Oh, Junge, ich stoß mir gleich die Kopf hier an, Alter. Ja, das ist... Ey. Warte, vergleich. Auf jeden Fall, ihr dürft nichts kaputt machen oder irgendwas mitnehmen. Das einzigste, weil es nicht Spaß für andere Leute. Noch allgemein. Das einzigste, was ihr mitnehmen dürft... Das einzigste, also gleich an den Regeln von Explorern, ist das einzigste, was ihr mitnehmen dürft, Fotos, oder in dem Fall Videos, und was ihr nur hinterlassen dürft, sind Fußspuren. Das heißt nicht eigentlich einfach irgendwas umgucken oder sowas. Es geht ja noch weiter in die Ecke. Wow, Mensch. Alex, wo willst du hin? Das Ding da ist voll geschafft, du musst mal kratzen. Hier wollte jemand definitiv nicht erkannt werden, für eine Rückzeit. Hier hat, glaub ich, definitiv jemand vor ein paar Wochen gelebt. Ja, guck dir das noch mal an, hier hat jemand definitiv versucht. So, wir ziehen sogar noch. Ja, jetzt schaffen wir das Trampolin, ja. Ich höre, das ist definitiv bei Marc, ne? Adi-Clair ist die Marc, ne? Alex, was sagst du denn? Junge, hier ist ein Schuh. Ist vielleicht deine größte, Tobi. Alex, was sagst du denn dazu? Sollt ihr das Trampolin vermarktet? Nimm das. Hier sind Baupläne. Alexander! Hey! Hier ist noch ein Raum, aber man kommt ja nicht durch. Ja, schau mal. Warte mal. Ich mach dir den Müllkreis. Das ist auch ein Scheißhaus. Da sind eher zu fit, die Dosen. Ja, pass auf. Wie gesagt. Nicht alles ist heil und wie in unserer Welt. Kann man ja bitte mein Handy festhalten? Nein. Dankeschön. Hallo, mein Brot. Hey, ich hab was zum Angebot gefunden. Ja. Karl Luna, bestehend D-Mark das Stück 1,50. Acht Stück. Abgelehnt. Ja. Ey Junge. Hier sind einfach nur Reifen. Hier wurden eine ganze Zeit Pkw flach gemacht. Okay. Wieso würdet ihr die Erfahrung hier behaupten? Also du kennst es ja schon. Ja, du kennst es ja schon. Kubi? Ja. Ich bin müde und hab Hunger. Jetzt ist mal was Gruseliger. Du kennst es ja schon. Und du? Ja, letztes Mal was. Ich ziehe hier ein. Ja. Also jetzt sagt ihr euch die, was ist meine Erfahrung, die sich mal lohnt. Aber gruseliger wär schon geiler. Ja. Die seh ich geil aus. Für sie wahrscheinlich nicht, aber ich find das schon geil. Also könnt ihr mal sagen, wie ihr Lost Space findet. Ich find Lost Space eigentlich schon recht interessant. Vielleicht kann man hier nochmal irgendwas machen. Gell Jungs? Ja. Die verlassene Psychoanstalt für Kinder. Ja. Wow. Ja. Und du? Bist du auch dabei? Auf jeden Fall. Ich glaube nicht. Ich bin die Erste hier. Nein. Wenn die Kinder lachen, dann ist es weg. Dann tschüss.